Hallihallo zu einer neuen Folge GT Talk. Heute zum Thema, welche Spiele haben noch ein Remake oder Remaster verdient? Und dazu der Master of Remaster, der Fritz. Hallo Fritz. Hallo Michi. Das war eine schöne Einleitung. Siehst du mal, dass ich mir alles so aus dem Ärmel schütteln kann. Dafür habe ich nicht mehr richtig. Ich habe so kurze Ärmel. Da fällt eine Menge raus. Das ist ganz schön überraschend, was da alles rausfällt. Wir wollen heute darüber sprechen, über alte Spiele, die nochmal neu aufgelegt werden sollen. Wir leben ja in Zeiten, in denen es viele, viele Remakes und Remasters gibt, aber einige Spiele bleiben am Wegesrand zurück und werden irgendwie nicht mehr mit der Liebe bedacht, die andere Spiele kriegen. Und da haben wir jetzt einfach mal, ohne dass wir irgendwie was wissen, ob da was in der Mache ist oder so, sondern einfach nur eine Wunschliste zusammengeschrieben, was wir da gerne hätten. Fritz, was wäre denn dein erster Kandidat, den du gerne in modernem Gewand sehen würdest? Ja, bevor ich jetzt meinen ersten Kandidaten nenne, habe ich ein bisschen, ich habe mir ein bisschen überlegt, okay, wonach soll man denn, sag mal, was ist denn heute los? Was ist denn hier los? Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Das ist schon in der letzten Aufnahme die ganze Zeit. Ah, es ist, es tut mir furchtbar leid. Keine Erziehung, das Kind, keine Erziehung. Nee, also, was wollte ich sagen, genau. Ich habe mir ein bisschen überlegt, okay, was wären denn die Voraussetzungen dafür, dass ein Spiel einen Remaster bräuchte oder ein Remake? Was müsste also nicht mehr klappen? Und Nummer eins ist natürlich, es müsste als Spiel eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Also, es müsste als Spiel heute noch eigentlich noch funktionieren, noch Spaß machen, aber dem Spaß und dem Funktionieren müsste etwas im Wege stehen. Entweder, dass die Technik wirklich zu veraltet ist und man auch nichts mehr drehen kann, weil es gibt ja durchaus eine ganze Menge Spiele, die alt sind, wo man aber doch noch rumtricksen kann und Sachen drehen kann, dass sie zum Beispiel eben doch in 1080 laufen oder wenigstens in irgendeiner Tausenderauflösung. Und, dass man zum Beispiel die Steuerung konfigurieren kann, also, dass man über die DOS-Box zum Beispiel die Tasten umlegen kann. Mein Paradebeispiel ist da ein MacWarrior für, weil man kann MacWarrior 2 mit der DOS-Box noch laufen kriegen, es sieht gut aus, es gibt eine kleine Datei, dass man die Weitsicht höher stellen kann, das ist dann auch cool und es hat auch einen gewissen zeitlosen Look. Und du kannst über die DOS-Box, die Steuerung, die ja aus einer Zeit kommt, wo WASD und Maus noch nicht Standard waren und wo das noch nicht mal so richtig gedacht wurde, dass man das so machen könnte. Den Buchstaben W gab es damals noch gar nicht, da wurde erst später eingeführt. Ja, also, da wurde dann immer die Sendung Wer wie was, das war so ein Durcheinander. Wer wie was? IOS Alt war oben. Und, aber das kann man halt umgehen, also, man kann das so einstellen, dass das vernünftig steuerbar ist, aber deshalb habe ich überlegt, okay, bei welchen Spielen trifft das nicht zu? Welche kriegt man nicht so hin, dass man das gut, ähm, gut so irgendwie doch heute noch spielen könnte? Und mein erstes Beispiel ist eins, was vielleicht gar nicht so viele Leute kennen, ähm, aber ich habe das sehr geliebte Spiel, das heißt Albion, das ist ein Spiel von 1996 von Blue Byte. Also die, die, äh, Schleichfahrt gemacht haben und natürlich jetzt halt auch, äh, Anno, ähm, also das Anno-Team. Albion ist ein Rollenspiel, das man die meiste Zeit aus der ISO-Perspektive sieht. Wenn man in Dungeons reingeht, sieht man das Ganze allerdings aus der Ego-Ansicht. Dehört sich dann auch so wie ein, wie ein Ego-Shooter, aber nicht mit freien Maus umschauen, sondern wirklich nur, ähm, ja, äh, 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 wer ist die Steuerung mehr oder weniger? Ja, ähm, und dann gibt es nochmal so eine Weltansicht, die aber im Grunde genommen nur wie diese ausgesumte Normalansicht ist. Ähm, hat so einen Pixel-Look. Ich habe davon schon gehört, aber ich habe das noch nie gespielt und ich gucke hier gerade auf dem Handy Bilder durch. Ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen, glaube ich. Das ist, also wer, wer sich diesen Podcast auf YouTube als Video anschaut, ähm, wenn nicht zeitlich jetzt irgendwas dazwischen kommt, ich hoffe, jetzt mit der E3-Vorbereitung könnte ein bisschen eng werden, aber ich werde versuchen, Gameplay-Material an diesen Stellen draufzupacken. Also ihr seht das jetzt wahrscheinlich gerade, das Spiel. Erstens, es hat halt noch alte VGA-Grafik, also sehr, sehr pixellig, was aber nicht so das Riesenproblem ist. Es ist eine Pixel-Grafik, die durchaus eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Ähm, also das würde durchaus noch funktionieren. Und das gibt es auch. Es gibt das Spiel auf GOG und es ist ein, hat eine coole Geschichte, ist so ein, so eine Sci-Fi-Geschichte, dass halt ein Raumschiff, äh, äh, einen neuen Kolonieplaneten, äh, besuchen soll. Und dann stürzt da so ein, so ein Shuttle ab und stellt sich heraus, dass da lauter Spezies schon sind und, und merkwürdige Katzenwesen und dann gibt's halt, ist man mit einer Party unterwegs, also einer Gruppe von, von Figuren, die auch charmant geschrieben sind, ähm, und kämpft und questet sich da so ein bisschen durch die Welt. Äh, und was halt leider echt furchtbar ist, und du kriegst es nicht sauber eingestellt, ist für heutige Verhältnisse die Scheuerung. Die ist, äh, die ist, die ist nervig. Du kannst das Ding entweder mit der Tastatur steuern und dann brauchst du aber immer die Maus, um dann irgendwelche Sachen in der Umgebung anzuklicken, mit denen du interagieren willst. Und die reagiert aber nur in so einem kleinen Umkreis um dich herum. Du kannst aber auch nicht komplett Maus steuern, dass du sagst, geh mal da hin, sondern du kannst dann diese Maussteuerung machen und von wegen, also wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, äh, dass du die dann so gedrückt hältst und damit dich drehst und dann mit den, äh, Tasten, äh, zumindest vorwärts und rückwärts und so gehst. Aber egal, wie man das macht, es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, jede ist unbequem und blöd. Also wirklich jede ist irgendwie so, dass du denkst, ach, es ist alles leidig und du kannst es auch nicht, du kannst es nicht mappen. Also ich hab versucht, das mal auf dem Gamepad zu mappen oder irgendwie gut einzustellen, das geht einfach nicht. Und dieses Spiel hätte ein Remace, ein Remaster oder ein Remake, ein Remaster würde mir ja schon reichen. Auflösung ein bisschen hochpushen, ist wahrscheinlich bei so einem handgestellten Pixelgrafiken schwierig, aber in erster Linie die Steuerung so überarbeiten, dass sie einfach bequem nach heutigen Standard funktionieren. Und vor allen Dingen, dass sie einfach gut auf dem Gamepad funktioniert. Weil ich mein, das ist ein Top-Down-Spiel in der Regel der Zeit, in der meisten Zeit. Das könnte man problemlos auf dem Gamepad mappen, dass man das vernünftig gut steuern könnte und das ist steuerungstechnisch auch nicht sehr kompliziert. Ähm, die Tiefe kommt durch die Geschichte und so. Äh, und, und das, das ist so schade, weil ich würde das, ich würde mich so gerne hier auf die Couch packen und das einfach nochmal erleben, diese Geschichte einfach nochmal spielen. Oh, das ist so eine Qual, das zu steuern. Das ist so nervig, egal wie du das machst. Und deshalb, weil es eben auch eine zeitlose Geschichte ist. Die ist heute noch interessant und spannend. Ähm, und wie gesagt, ich finde auch, die Grafik hat was Zeitloses. Ähm, weil sie eben so pixelgemalt aussieht. Deshalb würde ich das gerne als, als Remake, äh, oder wenigstens ein Patch für die Steuerung sehen. Aber, äh, das hat nie große Wellen geschlagen. Es hat eine eingeschworene Fangemeinde, würde ich sagen. Also, wer das spielt und kennt, spricht in der Regel in den höchsten Tönen davon. Ähm, aber es hat nie große Reichweiten oder so erzielt. Aber ich fand das super. Ich bin ja da deutlich weniger leidensfähig als du. Also, ich habe kaum Geduld, mir irgendwie großartig Fanpatches und mir die Sachen so hinzumodden. Und meistens ist mir das Ergebnis dann immer noch zu alt. Also, mein Problem ist immer, ich erinnere mich so an die Spiele, wie die aussehen, nachdem du irgendwie zwei Wochen da reingesteckt hast. Und wenn ich dann wüsste, wie die eigentlich ursprünglich ausgesehen hätten, dann würde ich mir am liebsten hier einen Fleischthermometer ins Hirn rammen, um die alle zu vergessen. Ähm, das heißt, die meisten von den Sachen, die ich auf meiner Liste habe, die würde ich eigentlich ungern als nur ein Remaster, sondern wirklich als ein richtiges Remake sehen. Also, dass diese Grundidee, die Geschichte an sich, worum es in dem Spiel ungefähr geht, dass das erhalten bleibt, aber dass das mit moderner Technik, mit modernem Gameplay neu aufgelegt wird. Und das erste, was ich gerne hätte, wäre eine aufwendige Neuauflage von Secret of Evermore. Das ist ein super NES-Rollenspiel damals gewesen. Und es geht grundlegend darum, dass da so ein Junge und sein Hund geraten in so ein Wissenschaftslabor rein, wo gerade so ein komischer Versuch stattfindet und dann werden die in eine andere Dimension teleportiert. Und es geht jetzt eben das ganze Spiel darüber, man ist in dieser mysteriösen Welt, diesem Evermore, und man muss wieder nach Hause. Und das Ganze ist immer, du bist der Junge und hast diesen Hund mit dabei, der Hund ist quasi dein Partymitglied, du hast Actionkämpfe in Echtzeit und das wäre halt in dieser modernen Neuauflage dann einfach ein Open-World-Spiel. Aber halt ein Open-World-Rollenspiel mit richtig vielen Quests, aber immer mit diesem Hund, was ja ein System ist, was auch Fable viel hatte, das fand ich super cool. Also wie Fable auch den Hund irgendwie eingesetzt hat und das würde ich gerne nochmal in so einem Spiel sehen. Das Coole bei Secret of Evermore ist, dass... Ich google das mal kurz nebenher, damit ich mal ungefähr das Bild davon habe, weil wir haben natürlich jetzt nicht vorher abgesprochen, wer welches Spiel hat. Das ist damals natürlich ein ganz klassisches Super-NES-Ding in so einer Draufsicht, guckt man das halt an, mit so comicartiger Sprite-Grafik einfach. Ähm, besonders geile Bosskämpfe, riesige Monster, also bildschirmfüllende Super-Bosse, die man da irgendwie kaputt macht, die endlos Lebenspunkte haben. Also wenn du da nicht entsprechend vorbereitet bist und gute Waffen hast und die Taktiken kennst und die Schwachpunkte kennst, dann kannst du da ewig dran rumhauen. Also die Bosskämpfe müssen auch in diesem Remake quasi ein großer Fokus sein. Ähm, und das Coole ist eben, das ist so Genre-Bending, weil diese Welt besteht aus mehreren Epochen und der Hund, den man dabei hat, der verändert sich immer passend zur Epoche. Also wenn in der Steinzeitwelt am Anfang ist es ja wie so ein zotteliger Wolf, dann ist man später irgendwie auch in der Zukunft unterwegs, wo der Hund dann halt so ein Roboterhund, ist ja so aus wie von den Jetsons so ungefähr. Und der Hund verändert sich immer. Das wäre halt das, was ich auch in dem Neuen gerne drin hätte. Das könnte dann natürlich, wenn es unbedingt sein muss, auch irgendwelche so Games-as-a-Service-Online-Komponenten drin haben, damit da wieder irgendwie die Kohle reinkommt. Aber im Großen und Ganzen hätte ich gerne einfach ein aufwendiges Remake von Secret of Evermore. Und das liegt hauptsächlich daran, das habe ich glaube ich schon mal an anderer Stelle erzählt. Ich habe das ja nie durchgespielt, weil ich es damals in der Videothek immer ausgeliehen hatte. Und kurz vor Schluss hat jemand meinen Spielstand gelöscht. Ach, das ist das Spiel! Die Spielstände sind ja quasi auf dem Modul mit drauf. Und ich habe keinen Bock mehr, das alte nochmal durchzuspielen. Deswegen wäre es doch echt nett, liebe Spieleindustrie, wenn ihr dann ein aufwendiges Remake für hunderte Millionen Dollar machen könntet. Danke! Aber ich finde das von dem ganzen Setup total cool. Also ich schaue es mir gerade aus dem Video an. Erstmal relatable Figuren, auch dieses Begleiter-Ding mit dem Hund. Kannst du den auch benennen. Eine super Konstellation. Und eher so als Figur, also auch dieses durch die Generationen gehen, finde ich voll cool. Das ist eigentlich ein super Ding, also könnte man sofort nochmal neu machen. Aber ich sehe jetzt hier auch das Gameplay. Du kannst das alte mit einem Super NES-Emulator noch problemlos spielen, oder? Ich meine, also wenn man jetzt nicht sagt, man will ein richtiges Remake, das einfach über einen Emulator ein bisschen schön gezogen. Steuerungsmäßig sieht das ja sehr okayisch aus. Ich denke mir halt immer so, was jetzt auch noch Menschen ansprechen soll. Ja, ja. Wenn das jetzt halt irgendwie ein großer Verkaufserfolg werden soll, dann müsste da schon mehr gemacht werden. Ja, gerade was du auch meintest mit von wegen, was natürlich ein bisschen schwierig ist, mit diesem teilweise doch Design aus den 90er Jahren, mit diesen Bosskämpfen, die jetzt vielleicht einfach funktionieren, also dass ein paar Design-Sachen einfach ein bisschen smooth-lined, wie heißt es, gestreamlined sein müssten. Ein bisschen flotter alles, vielleicht weniger Grind drin und so eine Geschichte. Weil an sich, also ich finde das, das sieht total sympathisch aus. Aber ich kann schon nachvollziehen. Das ist ein bisschen, was mich davor abhält, das Dings hier, Chrono Trigger mal wirklich zu spielen, weil das ja auch ein bisschen sich zieht. Aber das ist ja auch ein Spiel, ich kann mir nicht mit guten Gewissens irgendwie eine Neuauflage von Chrono Trigger wünschen. Weil jedes Mal, wenn das jemand tut, dann leiden Menschen. Dann wird das immer so eine halbscharig hingeschissene Portierung und dann muss das wieder hunderte Jahre entweder irgendjemand gerade modden oder zusammenpatchen und nein, lass das bitte einfach ruhen. Ja, verstehe ich schon. Aber weißt du, was ich meine mit diesem, dass man sagt, okay, das müsste, da müsste einfach ein paar Sachen ein bisschen schneller wahrscheinlich gemacht werden und modernen Standards angepasst werden. Ja, bist du durch? Mit Secret of Emma Moore, ja. Dann mache ich einen ganz großen Zeitsprung und von 1996 zurück in 2009 oder so, ich glaube 2009, und zwar zu Resistance 3, der, wie ich finde, neben Killzone 3 beste Shooter auf der PlayStation 3. Einer der besten Shooter aller Zeiten. Also ein fantastischer Shooter. Den niemand gespielt hat. Den niemand gespielt hat. Und der leider auch ehrlich gesagt immer noch nicht vernünftig mit dem PlayStation-Emulator läuft. Demon's Souls zum Beispiel, was ich auch hier ursprünglich aufgeschrieben hatte, muss man fairerweise sagen, kann man mit dem PlayStation-Emulator jetzt in 4K echt gut spielen. Also es funktioniert, wenn man wirklich leistungsstarken Rechner hat und man hat noch das Original, kann man sich ja die DVD, kann man ja quasi die Blu-Ray benutzen und dann auf dem PC über den Emulator spielen. Das ist auch nicht verboten. Wenn ihr die Blu-Ray habt, könnt ihr das problemlos über den Emulator spielen. Das ist, ihr dürftet nicht die... Sag dem Haftrichter, Fritz hat euch das erlaubt. Nee, nee, wenn du spielst, wenn du ein Spiel hast, kannst du... Das ist kein Ding. Du darfst halt nicht die... Du darfst halt... Du musst halt das Spiel haben. Genau. Aber Resistance 3 funktioniert damit noch nicht. Aber es ist so wahnsinnig gut. Ich habe es letztens nochmal auf der PlayStation 3 gespielt. Es sieht immer noch ziemlich cool aus. Klar, wie du schon sagst, auch... Es ist halt nicht so schön, wie ich es in Erinnerung habe. Weil man ist halt heute 1080 gewohnt und dann doch irgendwie 60 Frames gewohnt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das kratzt oft auch schon... Es kommt oft nicht mal an die 30 ran. Weil es ja wirklich aus dieser Konsole rausgeholt hat, was ging. Aber ich fand es auch... Es war auch nochmal so ein Sprung von Resistance 2 zu Resistance 3. Resistance 2 war auch cool. Aber Resistance 3 sah nochmal so viel besser aus. Es war so viel besser auch von der Erzählung her, von der Stimmung, von der Atmosphäre. Es war ja wie so ein Roadtrip. Einmal quer durch Amerika. Es hatte was sehr Half-Life-2-iges in seinem Roadtrip-Charakter. Es war, wie ich fand, auch emotional ziemlich gut erzählt. Erzählt man da nicht irgendwie so einen Feuerwehrmann oder so? Also nicht so diesen Soldaten-Heini, sondern eher jemanden, der halt nicht so... Einen ehemaligen Feuerwehrmann. Man spielt sogar den, der den Helden aus Teil 1 und 2 umgebracht hat. Deshalb ist der ja auch so ein bisschen angefeindet oft am Anfang. Aber der musste den umbringen, weil der sich halt verwandelt hat. Das war auch okay für... Also der Helden hat doch gesagt, bring mich um, ich werde hier langsam zur Gefahr. Und der ist so ein... Ja, um seine Familie zu retten, die auch am Anfang gut vorgestellt wurde, finde ich, ist er halt auf dem Weg durch Amerika durch, nach New York, glaube ich, muss er, um da so einen komischen Tower dann zu schließen. Es ändert sich vom Wetter. Es geht irgendwie los, irgendwo in Kornspeicher Amerikas, glaube ich, geht es so los, so typische Kleinstadt, die dann... Da kommt dann ein Tornado rein und reicht diese ganze Kleinstadt weg, während dann auch noch so eine Alien-Invasion stattfindet. Wahnsinnig viel mit Partikeleffekten. Ich liebe es ja immer, wenn irgendwie große Maschinen durch Holzhäuser durchrennen. Das war bei Half-Life 2, Episode 2 war das schon so geil, wie diese Strider durch dieses Holzhaus durchrennen und dieses ganze Holz zerberstet. Und das ist bei Resistance 3 auch so eine Szene. Du läufst durch so eine Scheune durch und in dem Moment läuft einer von diesen riesen Robotern durch diese Scheune durch und batsch, alles haut sich weg. Das ist so cool. Aber wenn wir mehr Geld für Visual Effects hätten, dann würde jetzt quasi durch dein Holzdach irgend so ein riesen Strider kommen und nicht wegschressen, aber naja. Deshalb wohne ich ja hier in Sofa Holz. Du hoffst jeden Tag drauf. Heute, heute ein Mad Cat. Ja, und das ist halt so schade. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht so richtig. Weil viele Spiele aus der Endzeit der PS3 wurden ja dann einfach nochmal schnell rübergeholt auf die PS4 und haben da nochmal echt gut Geld gemacht. Und ich verstehe nicht so richtig, warum Sony das mit Resistance und auch mit Killzone 3, was ich auch hier auf der Liste habe und was ich jetzt einfach mal mit reinschmeiße und Killzone 2 und 3 eigentlich, warum sie es nie mit diesen drei Spielen gemacht haben. Weil die sind, Killzone 2 und gerade Killzone 3 ist so ein toller Shooter auch. Abwechslungsreich und cooler zählt, eine gewisse Tragik drin. Klar, gut, sie hatten dann Killzone, sie hatten natürlich ein Killzone-Spiel als Starttitel bei der PS4. Aber das war halt nicht so gut wie Killzone 3. Ich würde niemals sagen, dass es so gut wie Killzone 2 war. Deshalb haben sie es auch da vielleicht nicht gemacht. Aber es ist so schade, Resistance. Ich meine, Insomniac, das sind die Macher, die Reginald Clank gemacht haben, das sind die Macher, die Spider-Man gemacht haben. Das ist so ein erfahrenes und so ein gutes Team. Und sie haben so, das ist echt wirklich Shooter-mäßig ein Meisterwerk. Und es hätte es verdient, nicht so runterzugehen und so unbeachtet zu bleiben, weil es wirklich, also dieser, ich weiß noch, wir haben damals die erste Stunde gespielt, so als so eine Art, ja, Let's Play auf dem YouTube-Kanal, glaube ich, auf dem GameStar-YouTube-Kanal, wo wir dann aus diesem Dorf raus sind. Und der zweite ist ja dann, du bist ja dann auf diesem Schiff unterwegs und fährst dann durch so eine überflutete New Orleans-ähnliche Stadt. Und auch das ist von der Atmosphäre alles so gut. Also ein wahnsinniges Fingerspitzengefühl. Ich kann mich echt nicht mehr an viel Details aus dem Spiel erinnern, aber dass es so eine Wahnsinns-Atmosphäre hatte, das weiß ich immer noch. Also das ist schon geil. Das Ende ist ein bisschen umstritten, weil es vielleicht jetzt nicht ganz so dem ganzen Spiel gerecht wird. Wurde ein bisschen drüber gezankt. Aber insgesamt, also man kommt ja dann später auch nochmal in größere Städte. Es ist nicht ganz so on the nose wie der zweite Teil, der sehr over the top oft war. Das ist es gar nicht. Aber das ist auch die große Stärke, weil es eher schafft, auch mal die kleinen Töne zu erwischen oder eben mal diesen einsamen Kampf von ihm auch gut darzustellen. Der zweite war ja eher so eine Art Call of Duty. In seiner ganzen Hohe machen jetzt Massen von Einheiten und Massen riesen, riesen Schlachten. Und der dritte war dann eher wieder so ein einsamer. War so ein Vater, der halt so eine Familie beschützen soll. Also ich hoffe ganz stark darauf, dass irgendwann der PlayStation 3 Emulator das Ding flüssig und gut darstellen kann. Weil ich habe sogar, ich habe es witzigerweise gestern hier durch die CDs durchgeguckt. Ich habe es zweimal noch. Ich habe die Blu-Rays noch zweimal. Einmal so eine Promo-Version, einmal eine klassische Verkaufs-Version. Sobald das funktioniert, das machen wir nochmal als Letzplay. Das müssen wir irgendwie machen. Da spreche ich jetzt gerade hier hoch und heilig. Ja, dann wird es garantiert passieren. Ja, finde ich geil. Wäre nicht super. Das nächste Spiel auf meiner... Würde mir übrigens ein Remaster reichen. Da brauche ich kein Remake von. Also einfach hoch pushen. Okay. Einfach 1080, 60 Frames, fertig. Mach halt einfach. Drückt halt einfach auf den Button, ihr faulen Heinies. Dieser faulen Videospielentwickler, hört man ja immer wieder. Die muss man bis zu 24 Stunden im Büro durchpeitschen. Dann würde ich mir mal was machen. 48 Stunden pro Tag. 48 Stunden pro Tag. Drunter machen sie es nicht. So, das Spiel, das ich mir in aufgehübschter Form zurückwünsche, ist der Gamecube-Klassiker Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Wurstig! Das kommt bei dir. Ja, natürlich. Weil das Blöde an der Sache ist, wir hätten das ja schon so halb fast bekommen. Also, um nochmal alles einzuordnen, Eternal Darkness von Silicon Knights, einem der größten Pfeifenentwickler überhaupt, die halt irgendwie es hingekriegt haben, ein geiles Spiel zu machen. Warte mal, ich hab das hier grad noch. Too Human? Ja. Weil das hab ich auch. Das hab ich letztens am Trödelmarkt gekauft. Ich auch. Weil ich dachte, wenn die das aus dem Markt nehmen mussten und überall aufkaufen wollten, dann kauf ich das. Ich finde es so schade, dass es keine Xbox One Backwards-Kompatibilität hat. Beziehungsweise keine ... Was natürlich bei dem Ding geil wäre, wäre Xbox One X Backwards-Kompatibilität. Bei dem Too Human. Weil ich fand das gar nicht so schlecht. Das wurde ja sehr runtergemacht. Das war natürlich nicht so cool. Ich guck auch gerade. Das war nicht so cool, wie sich alle oft hatten. Aber ich seh jetzt nicht, Holtz. Erzähl du. Fritz Holtz. Also, der gleiche Entwickler, der Too Human gemacht hat und damit Millionen verbrannt hat, hat auch Eternal Darkness gemacht. Vorher natürlich für den Nintendo Gamecube. Und das ist ein Horrorspiel gewesen, in dem es so im Großen und Ganzen Resident Evil Alone in the Dark-artig man so ein Herrenhaus erst mal erforscht. Und in diesem Herrenhaus findet man dann eben immer irgendwelche Objekte, die Erinnerungen freischalten, auch so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig, innerhalb der Blutlinie der Hauptfigur. Ich glaub, die Familie hieß Roy was. Kann das sein? Oder verwechsel ich das gerade mit was anderem? Da, Fritz hat Too Human das Cover in die Kamera. Genau, das hab ich auch. Jedenfalls ist der Kniff an diesem Spiel zum einen, man spielt also als Main Hub des Spiels so eine junge Frau, die durch so ein Horrorhaus rennt und die erinnert sich dann immer wieder an Sachen, die in ihrer Vergangenheit, nicht in ihrer, sondern in der Vergangenheit ihrer Blutlinie passiert sind und dann springt das eben wild durch die Epochen. Irgendwo zu den Römern, dann irgendwo französische Revolution, dann irgendwo in die Gegenwart, aber so ein, ich glaub im Irak, so ein Feuerwehrmann, der irgendwo dann eingeschüttet ist. Das ist immer der Kampf dieser einen Familie gegen so eine finstere Bedrohung. Und das Geile daran ist, es gab halt, du kannst halt Schaden auf dein Leben kriegen, du kannst irgendwie deine Mana verballern, indem du so Zaubersprüche sprichst, aber das Coole ist, es gab halt den Sanity Meter, also eine extra Anzeige, wie gut bei Trost deine Hauptfigur noch ist. Und wenn dieser Sanity Meter angefressen war, hat dieses Spiel so geile Halluzinationen eingebaut. Also wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals alle Sachen gesehen hab, aber so abgedrehte Sachen, die man heute nur noch kennt, wie zum Beispiel dieses in Batman Arkham, wenn Scarecrow ein mit Angstgas, also dieses Brechen der vierten Wand, aber so par excellence Wahnsinn. Zum Beispiel, da gab es so Sachen, wie du verlässt deinen Raum und dann kommst du ins Hauptmenü und da kommt eine Fehlermeldung von wegen, dein Spielstand ist kaputt. Und sagst du, was? Und von vorne anfangen. Und dann fängst du von vorne an und dann ist das Spiel einfach total weird. Und auf einmal hört es mittendrin auf und dann steht plötzlich wieder die Figur in dem Raum, bevor du aus der Tür rausgegangen bist, vorher und sagt, why is this happening? Oder plötzlich wird halt dieses, was man aus den Metal Gear Spielen auch kennt, dieses kein Videosignal, diese Fehlermeldung von der Konsole eingegeben. Dann stehst du da auf und wenn du ganz vorne dann bist, kommt da so voll der laute Jumpscare, so aah, dass du halt gerade direkt vorm Fernseher stehst. Oder du kommst zur Tür rein, da steht deine Figur da schon drin und fängt an, dich anzugreifen. Und lauter so geile Sachen. Oder was das eine so ein Ding ist, geh dann in den Raum rein und plötzlich platzt deinem Charakter einfach der Kopf. So ein gutes Spiel war das damals. Und da wollte ich halt immer mal ein Remake haben, weil diese ganze Welle von Horrorgames und Indie-Horrorgames, das kam ja erst Jahre später. Und wie die inzwischen aussehen, wie das inzwischen aussehen könnte, die technischen Möglichkeiten sind so viel besser mit diesen HD-Konsolen. So muss ich auch aufstoßen. Das würde auf jeden Fall ein Remake verdienen. Und das Witzige ist, es gab dann Versuche von der Nachfolgefirma von Silicon Knights. Sie sind ja dann in so einem Rechtsstreit untergegangen. Fritz hat es gerade hochgehalten wegen Two Human, weil die dann irgendwie Epic verklagt haben, weil die Unreal Engine das nicht kann, was sie können soll. Und Epic sagt, ihr seid einfach nur unfähig. Und am Ende haben die den Gerichtsstreit verloren und mussten dann irgendwie auch alle Kopien von Two Human vernichten, die nicht verkauft wurden. Das heißt, das ist eigentlich auch eine Rarität, dieses Spiel irgendwie zu haben. Und dann ist Silicon Knights untergegangen und dann haben die ein Nachfolgerstudio gegründet. Und das hat dann angefangen mit den Arbeiten an Shadow of the Eternals, also quasi so ein Nachfolger im Geiste von Eternal Darkness, aber mit moderner Technik. Und das war aber irgendwie schon 2013. Und dann ging das ein Jahr und noch ein Jahr. Und in der Zwischenzeit hat dieser, also der Gründer, das ist der Dennis Dayak, der hat dann noch eine Firma und noch eine Firma und dann hieß es plötzlich, ja, das wird nicht nur ein Spiel, weil wir machen auch eine Fernsehserie und einen Kinofilm noch mit dazu. Und ich sage, mach halt erstmal ein Ding fertig. Die letzte Nachricht dazu war irgendwann 2018, dass die Entwicklung von dem Shadow of the Eternals mal wieder auf Eis gelegt wurde, weil sie erst irgendwas anderes fertig machen müssen. Also ich glaube da nicht mehr dran, aber irgendjemand wird doch die Kohle und die Möglichkeiten haben, einfach diese IP zu kaufen und das zu machen. Das war so gut. Ich habe das nie gespielt, ich habe es aber letztens auf dem Dolphin-Emulator ausprobiert. mit Dolphin spielen, ja. Genau, und zwar richtig gut, es läuft absolut flüssig, also es gibt ja ein paar Spiele, die Dolphin-Emulator-mäßig halt immer noch Probleme machen, aber das läuft super. Und ich war total überrascht, wenn du das hochpuscht und mit dem Dolphin-Emulator kannst du es ja dann einfach auf 1080 hochpuschen und 60 Frames, ist ja kein Ding. Die Texturen sind viel, viel besser als die Konsole es damals darstellen konnte. Das ist ähnlich wie mit bei Gears of War 2 und Gears of War 3, wo das Spiel, dadurch, dass es in einer höheren Auflösung ausläuft, erkennst du erst, wie gut die Texturen waren. Also ich war total überrascht, wie detailliert die Texturen von einem Gamecube-Spiel damals waren. Klar, da ist so ein bisschen macht der Dolphin ja auch mit Anisotrope-Filterung und tralala, aber das grundlegende Zeug, was da auf der kleinen Disc war, war viel besser, als ich erwartet hatte. Ich frage mich halt, ob all diese Spielereien, also dieses ganze Brechen der vierten Wand, das sind dann schon jetzt nicht diese Standard-Effekte im Spiel, sondern ist ja schon ein bisschen mehr irgendwie dahinter, ob das mit dem Emulator alles so übertragbar ist. Weil er ja auch ganz klar mit, weißt du, wenn halt irgendwie die Auflösung ist halt nur so groß und dann ist halt einfach dieser Effekt, dass es halt außerhalb der Auflösung irgendwas rendert, so ungefähr. Also ich weiß nicht, ob das alles so eins zu eins übertragbar ist und ob dieses Spielgefühl das gleiche geblieben ist. Das wäre halt wichtig. Ich kann nicht sagen. Ich habe es ehrlich gesagt nur bis zu diesem Maya-Level gespielt, gar nicht so weit. Und muss gestehen, bis dahin habe ich noch nicht so ganz nachvollziehen können, was jetzt der Dreh dran sollen soll. Das Spiel an sich, das ist schon zäh. Es ist halt einfach wie diese alten Alone in the Dark und Resident Evil-Spiele. Das ist halt einfach zäh, aber diese Hallus, die machen es halt aus. Ich habe dann irgendwann, als ich mich dann mutig gefühlt habe und es tagsüber bei hell erleuchtetem Zimmer gespielt habe, immer den Wahnsinnsmeter auf Anschlag gelassen, weil halt dann die lustigsten Hallus passieren. Aber sobald es halt draußen wie dunkel wurde, dann so Ton aus. Genau das macht das Spiel übrigens auch. Das fängt an, deinen Ton leiser und lauter zu machen, ohne dass du was machen kannst. Und dann wird halt irgendwie, also der Lautstärke-Level vom Fernseher, obwohl der gar nicht zu deinem Fernseher passt, eingeblendet. Und dann macht es das ganz leise. Dann drehst du den Fernseher ganz laut und dann kommt dann wieder ein so Schocker. Musst dich halt dann voll erwischen. So gut, ey. Cool. Wir haben mal was für ein Retro. Ja. Ja, schön. Dann mache ich weiter, oder? Ja. Witzigerweise, da will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber ich hatte mir hier drei Titel aufgeschrieben und da war Eternal Darkness auch dabei. Und die ersten beiden Titel, die da vorstanden, waren aber Dino Crisis und Parasite Eve. Dino Crisis habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau. Und zwar, weil, erstens, weil ich gesehen habe, wie cool man das machen kann jetzt mit Resi 2. Cool sich das übertragen lässt. Und weil, ich habe die damals nie gespielt. Also nur mal, vielleicht mal kurz angespielt oder so. Und gerade Dino Crisis, und da hätte ich sogar fast tatsächlich auch so ein Remake richtig von, weil Singleplayer-Spiele mit Dinosaurier gibt es sowieso viel zu wenige, also geile. Ich meine jetzt nicht so ein Arc-Zeug, sondern was mit einer richtigen Geschichte und so, mit einer richtigen Dramaturgie. Und das fände ich ja voll cool, die irgendwie nochmal zu spielen. Klar, man kann irgendwie darüber argumentieren, ob das jetzt mit Dinosauriern im Weltraum, mit Dino Crisis 3, ob das sein musste. Aber kann ich nicht mal groß was zu sagen, weil ich habe die nicht gespielt. Ich hatte keine Playstation 1. Obwohl, das war sogar schon Playstation 2, oder? Dino Crisis 3? Das dritte war, glaube ich, dann PS2, aber das erste war noch auf der Playstation 1. Genau. Und das gab es ja auch für den PC, Dino Crisis 1, es gibt eine PC-Version davon. Aber die ist halt, die kannst du halt auch, dadurch, dass es vorgerenderte Hintergründe sind, die Steuerung ist furchtbar. Also es ist wirklich diese alte Panzersteuerung aus den Resi-Spielen. Ich meine, das kannst du heute echt nicht mehr machen. Und es ist halt, da lässt sich auch grafisch nichts mehr machen auf der PC-Version. Ihr habt die mal installiert und es ist einfach, es geht nicht. Es ist so ein Pixelbrei, es ist eine reine Scheiße. Aber grundsätzlich, dieses, hey, Jurassic Park mäßig, das fände ich super geil. Und Parasite Eve habe ich immer auch nur, habe ich nie gespielt, habe ich immer nur Geschichten drüber gehört. Und diese ganze Riege aus dieser Resi-Horror-Zeit, da finde ich, könnten echt ein paar von zurückkommen. Aber das war nur der Hinweis jetzt eigentlich so ein bisschen da, da wollte ich jetzt gar nicht hin, weil das hatten wir jetzt mehr oder weniger schon. Ich hatte mir aufgeschrieben als nächstes Ding, Fallout 3 hätte ich gerne als Remaster. Und jetzt kann man natürlich sagen, das kann man mit Mods machen. Und das stimmt auch. Man kann sich das Spiel deutlich, deutlich hübscher machen. Es gibt halt, es gibt wirklich echt viel Texturen, Modelle, Sound, sogar eine Mod, die dann irgendwie Schattenwurf und sowas alles reinbringt. Alles cool, aber ich hätte es gerne mal einmal sauber von einem Studio mit einem zusammenhängenden Look. Und ich muss gestehen, mir würde die Technik von Fallout 4, nicht von Fallout New Vegas, sondern von Fallout 4 auf dem PC, alles auf Anschlag mit einer, mit mehr dynamischer Beleuchtung drin. Würde mir sogar reichen. Hast du das mitbekommen, dass es gab, dass das so ein Fanprojekt ist, dass die versucht haben, das eben. Ach so, ja, ja, das hatte ich. Das wurde dann aber gestoppt wegen den Synchronaufnahmen. Also ich habe gesagt, ihr dürft nicht quasi diese Synchronaufnahmen da übertragen, weil das natürlich jetzt die Performance dieses Schauspielers war. Und dann haben die gesagt, ja, egal, dann machen wir halt auch alle Voices nochmal selber neu und so, weil ich habe dann nicht mehr verfolgt, ob das noch weitergemacht wurde oder nicht. Ja, aber selbst da, also selbst die, also es müsste die Far Cry 4, ich würde, könnte mit der Far Cry 4 Engine leben, wenn sie, äh, Quatsch, Fallout 4 Engine, sorry, Entschuldigung, Fallout 4 Engine, wenn sie massiv die dynamischen Lichtquellen hochpushen würden. weil das, das gibt so eine Mod, ähm, die die Taschenlampe, die er in Fallout 4, ähm, an und aus machen kann, umwandelt in eine dynamische Lichtquelle. Und wenn man diese Mod, die Mod mal installiert, dann kriegt man ungefähr eine Vorstellung davon, was das für eine Auswirkung hat, wenn alle Lichtquellen so aufeinander werfen würden, wie viel Atmosphäre das dazu, äh, reinbringen würde, wie viel plastischer es fast alle Objekte aussehen lassen würden. Und das würde schon reichen, selbst mit Fallout 4, einen gewaltigen Grafikpush, äh, zu geben. Das würde alles viel mehr aus einem Guss wirken und alles, ja, wie gesagt, also viel volumetrischer. Ich meine, ist ja logisch, Licht sorgt immer dafür, dass, dass wir, dass Objekte überhaupt erfassbar sind und wenn das vernünftig läuft, dann macht das so einen Unterschied. Und das hätte ich gerne mit Fallout 3, weil ich hab's ja nie wirklich gespielt. Ich hab's immer nur angefangen ähm, und, und ich würd's total, ich installiert mich jedes Jahr. Du bist der Testarzt bester Kunde, weißt du das eigentlich? Ja, ja, ich kauf die Scheiße immer und dann spiel ich's nicht. Ich kauf ja sogar die Season Pass und so. Äh, äh, obwohl ich, ich kauf die Season Pässe, obwohl ich ja nicht mal das Hauptspiel länger als fünf Stunden, immer wieder dieselben fünf Stunden gespielt habe. Das ist so schlimm. Ja. Äh, irgendwann mal Arbeitslosigkeit oder Rente. Ja. Irgendwann, spätestens dann. Und dann wär's cool, wenn's eine, äh, aufgeschönte Version gäbe davon. Also, von der Geschichte her würde ich's einfach gerne erleben und, und, äh, äh, es wär ein guter Startpunkt auch, einfach um zu sagen, okay, und danach New Vegas und dann Fallout 4, äh, weil die Alten hab ich ja gerne gespielt, aber, ja, das ist, weil das ist halt schon, pfff, ich find's spielt sich immer noch ganz gut und es sieht auch stimmungsvoll durchaus aus, aber es sind halt echt, also gerade was Licht angeht, und, äh, das ist schon hart. Ja. Ja. Hm. Und wir hatten ja, wir hätten ja letztes Jahr, wir hatten ja letztes Jahr gehofft, ne, als Fallout 76, weißt du noch, bei der E3-Einkündigung? Da gab's ja Gerüchte, dass es ein Remake quasi von einem geben könnte. Genau, hatten wir, hatten wir noch in der Vorbesprechung gesagt, oh ja, vielleicht ein, oder ein Remaster zumindest, äh, so ein bisschen, das kann man mäßig, ähm, hatten wir noch, hatte ich noch sehr drauf gehofft. Aber dann haben wir ja Fallout 76 bekommen. Mein nächstes Spiel ist, genau wie du jetzt sagst, auch ein Spiel, was ich nie so richtig gespielt hab, was ich aber gerne, ich würde diese Lücke gerne schließen, aber ich kann's mit dem alten nicht mehr machen. Ich hätt gern ein neues Silent Hill, also ein neues Silent Hill 1, oder von mir ist auch ein neues Silent Hill 2. Und diese, es tut mir so in der Seele weh, dass diese ganze Silent Hills Reboot-Geschichte so den Bach runtergegangen ist, weil was in so einer Art, also einfach dieser ganze, das ganze Feeling davon, aber eben diese Story von dem Alten. Das nochmal mit moderner Technik machen. Und was macht denn Konami mit dieser Lizenz verdammt nochmal? Ein paar Jinko-Automaten irgendwo hinstellen. Das gibt es da nicht. Das Geile ist ja, gerade nach dem, nach dem Resi 2, ich wette, wenn du ein Silent Hill 2 nochmal einfach so, als Remake machen wolltest, das würde, glaube ich, durchaus nochmal laufen. Nicht so wie ein Resi, weil Resi ist zu sehr, also dafür war Silent Hill schon immer zu sehr Nische und Resi zu sehr Massenmarkt. Es gab immer schon massive Unterschiede in der Serie, was die, was die Reichweiten angeht von dem Ding. Aber trotzdem, ich glaube, damit würde es nochmal laufen. Aber ehrlich gesagt, es gibt, also man kann, glaube ich, Resi, zumindest Silent Hill 2, kann man richtig, richtig gut aufhübschen und das sieht dann richtig ordentlich aus. Ja, aber es ist doch nichts mehr, was heutzutage jemandem Angst einjagt. Also, das kann man doch nur mit so einer Museumsneugierde noch spielen, aber nicht mit so einem, ich möchte jetzt einen High-Class-Entertainment-Horror-Schocker spielen, der mich wirklich erschreckt. Also, zumindest in den Innenräumen mit den festen Kameraperspektiven, dadurch, dass sie, was ja schon ein bisschen außergewöhnlich war, dass sie damals ja schon eine Taschenlampe hatten, die echte Schatten geworfen hat. Dadurch funktioniert das heute noch ganz gut. Also, ich war letztens, ich habe letztes Video auf dem gesehen, war total überrascht, okay, ja, die Stadt ist vielleicht ein bisschen, aber die Stadt geht sogar auch, weil die Stadt verhältnismäßig wenig Natur ist. Schwierig ist es ja mal Natur, weil Natur war halt früher so eine flache Platte. Da war ein Baum. Da war ein Baum. Ja, genau. Aber bei einer Stadt ist es ja einfacher. Da hast du ja verhältnismäßig klare Geometrie. Also, ich war überrascht, wie cool man das hindrehen kann. also diese, irgendjemand hatte, glaube ich, diese PC-HD-Version nochmal überarbeitet und war gar nicht so schlecht. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich würde das zum Beispiel auch, ehrlich gesagt, heutzutage lieber als First-Person-Ding erleben. Ja? Ich glaube, weil diese Intensität, du hast schon diesen Switch gemerkt, als die Spiele dann in die First-Person gingen mit diesem Horror. Und es ist ja auch ein Spiel, klar, man kann so ein bisschen kämpfen, aber ich finde Silent Hill, es würde dem Spiel zum Beispiel besser stehen, wenn man nicht kämpft. Also Silent Hill würde sich eher eignen für diese Fluchtspiel-Kategorie von einem Outlast oder äh... Ja, das Kämpfen in Silent Hill war doch irgendwie nie cool. Also das war doch halt so ein Ruhgefuchtel dann da immer. Und bei Resi will man das ja jetzt so. Das macht ja Spaß, es hat ja Spaß gemacht. Aber Silent Hill würde ich zum Beispiel würde ich lieber als First-Person- Outlast-Ding heute erleben. Wie teuer kann das sein? Das kann mir doch keiner erklären, dass es da kein Businessplan für gibt. Wenn du jetzt Millionär wärst. Ja, wir arbeiten dran. Ach ja, ein Spiel habe ich auf meiner Liste, dann bist du jetzt erst nochmal dran. Ähm, dann, ich habe da ein paar mehr noch auf, ob ich schwanke hin und her. Äh, ob ich was ganz Obskures nehme, oder... Ach, ich nehme eins, äh, äh, ich nehme eins, wo es ein Remake gab. Outlast. Okay. Outcast. Outcast. Ja. ähm, das, ich glaube, 1999 ursprünglich veröffentlichte 3D-Voxel-Spiel, äh, mit Cutter Slate, der auf einem anderen Planeten, Adelpha, äh, teleportiert wird und dort die Welt und die Erde retten soll. In sechs Regionen, die mehr oder weniger Open World waren, waren halt, waren zwar unterteilt in sechs Regionen, aber die waren dann offen und das war für damalige Verhältnisse, der Wahnsinn technisch, ähm, und dann kamen mehrere, viele, viele Jahre später, äh, schon kamen auf Steam die Version 1.1 raus, da konnte man dann die Auflösung auf 1080 stellen, man kann es mit dem Gamepad spielen, also man kann Outcast 1.1, was auf Steam und auf GOG verfügbar ist, heute ganz gut spielen, sieht auch immer noch ganz gut aus, läuft jetzt auf dem modernen System auch flüssig, ähm, äh, 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 das, das ursprüngliche Spiel hatte nicht mal, als Option nicht mal 640 mal 480 angeboten als Auflösung, weil selbst die 5, es waren nur 500 noch was, mal noch was Auflösung und die hat damalige Rechner gekillt, also das lief schon bei niemanden. heute, wie gesagt, heute kannst du 1080, äh, 60 Frames Probleme spielen und diese Version 1.1 ist auch ganz gut, aber es sind halt so ein paar Sachen, die einfach Teil der Engine sind, zum Beispiel, es zieht sich immer so eine Linie durchs Bild, das liegt an dieser Voxel Engine und wie sie sie verwendet haben, die kannst du nicht loswerden, ähm, das ist eine ganz komische, äh, komische Linie, die man immer so sieht und es gibt auch so ein paar andere Beschränkungen, die, die, die Animationen sind ein bisschen merkwürdig für heutige Zeiten, würde man sagen, ähm, das Kern Gameplay ist eigentlich noch ganz cool, so ein bisschen langsamer, äh, als man es heutzutage gewohnt ist, aber so, so ein paar Sachen, wo man sagen würde, ach, da könnte man ein bisschen was drehen und dann wurde vor ein paar Jahren, äh, äh, das ist gar nicht so lang, das ist überhaupt nicht so, letztes Jahr oder so, äh, wurde, ähm, Outcast Second Contact veröffentlicht, genau, und das war ein richtiges Remake, also, neue Engine, es war inhaltlich fast eins zu eins das Gleiche, manche Gebiete wurden ein bisschen erweitert, aber neue Engine, äh, sah ganz cool aus, aber es war so ein klassisches Remake, das zu viel falsch gemacht hat, da zum Beispiel ein neues Intro drin, äh, äh, weil klar, es ging nicht mehr, du konntest, grafisch hat das Intro nicht mehr zu dem Original gepasst, aber das alte Intro war halt super cool, und das neue war so ein bisschen ein bewegte, gemalte Bilder und super scheiße, also schon mal ein richtig beschissener Einstieg ins Spiel rein, dann sah die Hauptfigur, die ja in der deutschen Version von dem Sprecher von, ähm, äh, äh, Bruce Willis gesprochen wurde, äh, Lehmann, genau, äh, passte damals zu der alten Figur sehr gut, ähm, jetzt sah diese neue Figur wie so eine Art Nathan Drake aus, der sah aus wie 23 oder so, äh, also viel, viel zu jung für diese Stimme, klar, ist natürlich ein Problem, im Französischen und Englisch klingt das Spiel anders, ne? in dem Remake. Genau, genau, das war gleich, das war auch ein bisschen das Problem, weil die Qualität der Aufnahme war nicht so wahnsinnig hoch, also das hast du heute schon ein bisschen gehört, dass ein bisschen kratzig sich anhört, aber das, die Figur passte optisch nicht mehr dazu und, ähm, und dann haben sie so völlig irrsinnige Sachen in den neuen Dingen gemacht, jetzt haben zum Beispiel die Figur, mit der du reden kannst, immer wie so ein großes Facebook-Emoji-Icon über dem Kopf und so eine Scheiße äh, und, und, und völlig die Immersion zerstörende, äh, Einblendung, äh, in der Welt, also so, ähm, also ein paar Sachen, die drin sind, sind vielleicht ganz gut, sodass zum Beispiel die ganzen Fremdwörter, die in dieser Sprache benutzt werden, optional, ähm, untertitelt sind, dass man dann weiß, was der da sagt, dass man nicht im Lexikon nachgucken muss, okay, von mir aus kann man so machen, aber du läufst durch diese Welt und da sind Icons, wo du denkst, was ist denn, welcher Twitter-Depp ist denn hier durchgerannt? Das ist so eine Scheiße, äh, ja, das ist wirklich, wirklich furchtbar, ähm, und dann haben sie die, dann haben sie generell die Spielgeschwindigkeit ein bisschen erhöht, also die Kämpfe laufen schneller ab, dagegen wäre jetzt auch nicht einzuwenden, aber sie haben zum Beispiel die Kamera geändert, sie haben, die Kamera im Original blieb immer weit draußen, auch wenn er gezielt hat, äh, gut, es gab noch eine First-Person-Kamera im Original, die hat aber, glaube ich, niemand benutzt, die ist auch in einem Remake einfach gar nicht drin, gibt's gar nicht, komplett raus, ähm, weil da hätten sie für heutige Standards halt die Waffen auch richtig animieren müssen und eine richtige First-Person-Kamera reinmachen müssen, in dem alten war das einfach die Kamera in die Figur reingesetzt und so sah das dann natürlich auch aus, ähm, aber man hat es in der Regel aus der Third-Person gespielt und die Kamera war weit weg, in dem neuen Spiel zoomt die Kamera immer, äh, sobald man über Kim und Korn zielt, in so eine wirklich nahe Schulteransicht, also jetzt wäre sie hier und dann wird das Spiel unfassbar unruhig, weil die Kamera nicht weich ausgefedert ist, sondern an der Figur klebt und dann, wenn du dich ein bisschen bewegst und ein bisschen rumläufst und der Boden ist in dem Spiel nie eben, weil du so über Felder so läufst, es ist immer so kleine Unebenheiten, ey, das ganze Bild wackelt, die ganze Zeit, es ist, es lässt sich so scheiße spielen, also das ganze Spielgefühl ist im Arsch und das, also das, sowas habe ich noch nie erlebt, das ist so ein, so ein Kack, also ich habe mich so geärgert, ich habe mich so gefreut darauf, als es angekündigt wurde, ich habe geschrien vor Freude, also gut, dieses Jahr haben die 13-Macher nochmal die Chance, es richtig zu verkacken, also, äh, da die Chance besteht, aber das war wirklich ein Dreck vor dem Herrn, sowas habe ich noch nicht erlebt, so ein gutes Spiel in so eine Scheiße umzuwandeln, durch so ein paar Sachen, wo du so denkst, sag mal, seid ihr, das waren sogar die originalen Entwickler, seid ihr irre, wie könnt ihr denn, das, was euer Spiel damals ausgemacht hat, diese immersive Welt, vielleicht haben sie voll klatschen mit, in ihrem Spiel was anderes gesehen als du, sicherlich, natürlich, klar, aber es war ja auch, waren ja dann auch die Kritikpunkte an dem Ding, also, dass diese immersive Gefühl verloren gegangen ist, dass die Steuerung ein bisschen komisch ist, sie haben versucht, es noch nachzupatchen, aber ehrlich gesagt, ich habe es probiert, nee, sorry, aber es geht gar nicht, also, das war meine Föße, Das ist vielleicht auch eine schöne, wie sagt man, eine Cautionary Tale. Ja, denn, das kann nach hinten, genau, ganz kurz, muss ich noch sagen, das war, das war so das, was ich selber jetzt aus der näheren Erinnerung als Worst Case kenne, so, dass mal was richtig schief gegangen ist, deshalb würde ich gerne noch ein, noch mal ein saubereres Remaster haben, ja, und nicht mal unbedingt ein Remake, ein Remaster, also, ein bisschen die Animation anpassen von den Figuren, vielleicht ein bisschen an den Modellen nochmal arbeiten und vielleicht diese komische Linie, die sich da immer durchs Bild zieht, irgendwie loswerden. Gab's da nicht irgendeine Mod noch, die auch irgendwie das machen wollte oder so eine Art Total Conversion, also so ein Fanprojekt? Das gab's auch noch, aber das ist noch Jahre davor gewesen, ich glaub, es war auf Basis der CryEngine, das ist nie weit gekommen, also, da kann man keine Hoffnung drin haben. Und ein anderes Beispiel war ja jetzt vor kurzem, gerade zum Beispiel erst, Assassin's Creed 3 Remaster, hab ich mich mega drauf gefreut, weil ich's endlich mal durchspielen wollte, dann kommt dieses Remaster raus und ist über weite Strecken cool. Also, es sieht fast immer besser aus, ein paar grafische Entscheidungen sind ein bisschen fragwürdig, ein bisschen, die ganze Beleuchtung in Zwischensequenzen, alles ungeändert, es passt oft nicht mehr, es sieht nicht immer besser aus, sieht manchmal wirklich aus, als würdest du vor einem Bildfehler stehen. Aber das Krasseste ist halt, dass selbst, wenn du das komplette HUD ausmachst, hast du die Missionseinblendungen trotzdem immer da und sie sind sehr mittig gerückt worden jetzt, so, dass du selbst in dramatischen Szenen manchmal die eine Hälfte des Bildes voll mit Text hast. Oder echt so, was, hat das keiner mehr Probe gespielt? Ihr müsst doch gemerkt haben, dass im Original hat er immer nur die aktuelle Aufgabe angezeigt und die anderen dann wieder zugeblättert. Jetzt zeigt er immer die einzelnen Punkte an und das ist auch voll in der Mitte von, also es ist, es ist wirklich wie raufgeklatscht. Ja. So eine, so ein Shutter. Es gibt jetzt keine, es gibt keine beste Version von Assassin's Creed 3 und das ist echt schade. Zumal ja die alte Version aus dem Handel genommen wurde. Also sowas kann, also Remaster und Remax können auch schief gehen. Also selbst bei, selbst bei Batman, bei den Batman-Arkams wurde drüber gestritten, weil da auch künstlerisch ein paar Sachen gedreht wurden. Das ist halt dieses Ding, was damals durch technische Unzulänglichkeiten der Fantasie des Spielers überlassen war, wenn dann dieses, diese, diese Lehre dann ausgefüllt wird mit halt schärferen Texturen und es ist halt nicht mehr plötzlich irgendwie Batmans Gesicht, weiß man nicht so genau, was hier zwischen der Nase irgendwie ist, weil wie, wie der Schatten da so drauf hält und jetzt weißt du halt, wie das aussieht und ich so, das sieht aber doof aus. Wieso machten ihr das so? Sieht doch, das sieht doch nicht gut aus. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz oft der Fall. Also tatsächlich bei diesem Assassin's Creed Remaster hatte ich das Video von Candyland angeguckt und war schon kurz davor zum Kollegen Stefan darüber zu gehen, Stefan, du hast da die Labels vertauscht. Das ist das Alte und das Neue, das muss doch andersrum sein. Nee. Also man muss schwererweise sagen, es sieht wirklich über Weite steigen besser aus. Aber es gibt schon einige, einige Stellen, wo man das nicht stellt. Ja, also fast alle Zwischensequenzen sehen aus, als wären sie kaputt. Ja. Und weil sie halt, sie haben einen komplett neuen Beleuchtungs, Beleuchtungsweg geändert und dadurch änderst du halt auf Schlag deine ganze, deine ganze stilistische Ausrichtung und das ist, das ist schon hart. Das kannst du nicht einfach mal mit einem Klick machen und dann funktioniert das für ein 60-Stunden-Spiel. Ja. Ein letztes Spiel habe ich noch auf meiner Liste und das ist eigentlich auch, so wie jetzt du gesagt hast, mit Outcast ein Spiel, das hat eigentlich schon ein Remake bekommen, aber das ist mir nicht genug. Es geht um Metal Gear Solid, das erste Metal Gear Solid wurde ja schon geremaked mit The Twin Snakes. Fanden viele doof, ich fand das geil. Ich fand das so geil. Das ist im Großen und Ganzen für den Gamecube ein Remake von dem Playstation Original Metal Gear Solid gewesen, mit dem Unterschied, dass die halt alle Zwischensequenzen aufgegeilt haben. Also insgesamt waren da auch mehr die Charaktermodelle, waren halt neu gemacht, ein bisschen detaillierter. Es gab halt mehr Funktionen, die man auch aus Metal Gear Solid 2 kannte, dass man auch so aus der Ego-Perspektive schießen konnte, wenn mich nicht alles täuscht. Also mehr so Komfortfunktionen, am Großen und Ganzen war das Spiel das Gleiche, aber die Zwischensequenzen halt alle auf 11 gedreht. Also die ganzen Choreografien, wenn der im Original halt irgendwie so gemacht hat, Hände hoch, dann schmeißt er halt im Remake irgendwie 23 Mal 20 Pistolen hoch und fängt die alle und also diese ganzen Choreografien, Hongkong Action bis zum Gehtnichtmehr. Das fand ich so geil. Und jetzt denke ich mir, wie würde das aussehen, wenn man das noch eine Stufe weiter dreht? Also wenn man mit moderner Technik das nochmal auf dem gleichen Style-Niveau macht. Das ist ja dann damals, soweit ich das weiß, nicht direkt von Kojimas Team gemacht worden, sondern der hat dann irgendwie am Ende nochmal gesagt, ja passt schon, aber tatsächlich ist es ein anderes Team gewesen, was das gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Nebenbei mal gucken. Aber so war es nochmal, um einfach diese Metal Gear Reihe nochmal. Würdest du es noch verrückter haben wollen oder nur schöner? Es muss nicht unbedingt noch verrückter sein, aber es könnte in bestimmten Stellen, das war ja nicht verrückt, das war ja einfach nur ultra stylisch. Also halt so dieses, was man sonst aus dem Anime kennt. Wo halt einfach die Gesetze der Physik für Style einfach aufgebrochen werden. Ja. Dann hechtet der sich... Können wir uns empfehlen für alle, die es selber mal spielen wollen. Auch das Spiel funktioniert mit dem Dolphin-Emulator Astrein. Keine Probleme. In 1080 und in... Also das sieht auch immer noch gut aus. Also... Weißt du, von wem das gemacht wurde? Na, jetzt... Okay. Jetzt wird man gespannt. Also wenn es sich so weghaut. Silicon Knights. Nein! Das ist ja der Hammer! Na gut, da haben sie in der Karriere halt doch zwei gute Spiele gemacht und nicht nur eins. Ah! Das macht mich jetzt überfertig. Das macht mich jetzt überfertig. Na gut, Kojima hat als Producer und Designer da mitgemacht. Also kann sich nicht ganz rauswinden, aber ich fand das mega geil. Ich hab das so gerne gespielt. Und das jetzt nochmal. Also ich finde, dass es auch irgendwie wie Konami sich da hängen lässt. die haben sich diese hässliche Trennung da von Kojima irgendwie mitgemacht und die haben da nicht so Bock, aber das haben sie doch noch quasi im... Die haben die Lizenz das könnten sie doch einfach nochmal machen. Dann laufen sie dann auch nicht Gefahr wie bei dem wie ist das das bescheuerte Metal Gear Survive, dass die jetzt quasi ein neues Kapitel Metal Gear erzählen, was irgendwie dumm ist. Dann machen einfach nochmal das. Das ist ein... Die ganze Story vom Pacing her, von der Atmosphäre, Shadow Moses Island, diese ganze... Diese geilen Figuren, die es da halt auch gab. Also die ganzen Bossgegner, wie cool die alle designt waren. Der ganze Supportingcast, diese Kodak-Gespräche und so, das ist alles die Lizenz zum Gelddrucken so ungefähr. Und die lassen das einfach davon kommen. Noch ein Pachinko-Automat hinterher, ey. Ja, das ist schon echt traurig. Also wirklich, die machen nur noch Pro Evolution Soccer und das war's, oder? Einmal sehen, vielleicht kündigen sie jetzt auf der E3 halt nochmal was an. Dann raste ich aber aus, ne? Also wenn das, das Metal Gear Remake auf der E3 angekündigt wird, das glaub ich nicht, dass du dann nochmal... Dass ich ausraste, du wirst es... Ach so, ja. Hinter der Bühne kommen zwei Jahre später dann die mitgezeichneten Videos auf dem Handy. Oh, mein, er zieht aus. Arrogantes, arrogantes GameStar-Arschloch. Zeigt sich von seiner wahren Seite wie dieser Nintendo-Typ in Russland, der dich mitkriegt, dass er da live im Stream ist. Diese ganzen... Das müsst ihr anders machen, das ist doch scheiße hier. Das geht so... Viel zu gut, ey. Das ist so geil. Wahnsinn. Wie der eine Moderator auch immer guckt, wer da noch in so On-Air zusammen scheißt. Das ist viel zu gut, ey. Ja. Wahnsinn. Ja, ich hab, äh... Ich hab noch eins. Ja. Und ich muss mich entscheiden, aber ich muss mich innerhalb des Star-Wars-Universums entscheiden. Denn tatsächlich sind es drei Spiele im Star-Wars-Universum. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Können wir die nicht alle in eins zusammen remaken? Das wäre der Wahnsinn, weil es wäre nämlich ein Wahnsinnsspiel. Denn ich habe auf der Liste drei Star-Wars-Spiele. Das ist einmal Dark Forces. Mhm. Dann, ähm, Rogue Leader. Mhm. Also das zwei, der Nachfolger von Rogue Squadron. Und das erste X-Wing. Und wenn man die alle zusammenmixen würde, so ein bisschen, im Grunde genommen war das ja teilweise sogar Rogue Leader schon, so ein bisschen. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Ähm, vom, vom, vom Planeten eine Mission in der Ego-Perspektive machen. Dann ins Weltall. Also im Grunde genommen Star Citizen mit Star Wars und fertig. Ähm. Vor allem das ganz Star Citizen und fertig im selben Satz gesagt. Ich meine, wenn sie clever wären, würden sie einfach die ganzen Ideen von Star Citizen nehmen. Das wundert mich eh, dass keiner bis jetzt irgendwie gesagt hat, wisst ihr was, der Roberts verläuft sich doch da sowieso noch über Jahre hinweg. Ist auch okay, seine Fanbase unterstützt ihn dabei und bezahlt ihm das. Völlig okay. Aber warum nehmen wir uns nicht ein Team, die einen, einen guten Producer haben, der sagt, das ist wichtig und macht Spaß und ist cool und das ist einfach nur Unsinn. Ähm, und, 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 und nimmt sich einfach das Zeug und greift dem schon mal in den Jahren davor so ein bisschen den Markt ab. Also, gerade, ich meine, im Ubisoft versucht es ja so ein bisschen mit Beyond, äh, ja, äh, es bräuchte halt so ein mittelgroßes Ding. Beyond Good and Evil, aber Beyond Good and Evil, glaube ich, übertreibt es da auch. Auch die sind irgendwie so diese Frage, welcher Teil soll denn da Spaß machen? Wo wollt ihr denn eure Emotionen erzählen? Ja. Wo soll das denn stattfinden? Und sich das nicht einfach nehmen. Aber naja, ist ein anderes Thema. Es wundert mich nur einfach, so, hä? Der baut euch alle Ideen vor und ihr seid doch sonst nicht so mit Klauen. Also, meine ganze Generation hat Doom geklaut, waren alle okay mit. Also, was soll der Scheiß? Und GTA und Dark Forces hat ja auch Doom geklaut, aber es hat es halt clever gemacht. Aber wie gesagt, aber die Sache ist halt die, bei Dark Forces spricht dagegen, es gibt diese Dark XL Engine. Man kann also Dark Forces in eine neue Engine übernehmen und hat dadurch, ähm, dynamische und farbige Beleuchtung, äh, 1080 und 60 Frames, Maus und, äh, klassische Maus- und Tastatursteuerung. Also, man kann das alte Dark Forces in einer wahnsinnig coolen Version spielen. Das geht. Äh, ist ein bisschen fummelig zu machen. Das hat auch noch ein paar Bugs, aber es geht grundsätzlich so. Nummer eins. Was gegen Rogue Leader spricht, ist, man kann, wenn man einen sehr leistungsfähigen Rechner hat und akzeptiert, dass es nur zu 95% flüssig läuft, weil es immer noch ein paar Zwischensequenzen gibt, wo, äh, es nicht ganz flüssig läuft und ein paar so Sound-Aussetzer passieren. Man kann das aber über den Dolphin, äh, Emulator in 1080, in 60 Frames und sogar, was ich so, was, das wusste ich überhaupt nicht, mit, mit, mit Textur-Mod-Packs. Es gibt Textur-Mods für ein Gamecube-Spiel. Also, hä? Hä? Ich verstehe nicht mal, wie das geht. Also, was? Wie geht das? Verstehe nicht, keine Ahnung. Also, auch das kann man spielen und ich kann es jedem nur empfehlen. Schaut euch mal, sucht mal nach Dolphin 5, Rogue Leader und schaut es einfach mal an und ihr werdet baff sein, wie unfassbar gut es heute noch aussieht durch die hochgezogene Qualität. Gerade die Schlacht um Endor. Also, gerade im Weltraum, weil da Boden, klar, Bodentexturen und Sachen, das ist immer ein bisschen schwierig, heutzutage. Der Weltraum ist schwarz. Ja, und die Schiffe, boah, Wahnsinn. Nee, aber deshalb entfällt meine Entscheidung auf X-Wing 1, weil das tatsächlich aus dieser Generation ist. Im Gegensatz zu TIE Fighter konnte man X-Wing 1 selbst in der Collectors Edition, also in der 1993 für öffentlichen CD Collectors Edition, 1994, so rum, 1994 kam die, glaube ich, raus. Selbst in der Version konnte man das leider nicht in diesen niedrigen SVGA-Auflösungen spielen. Also, das hatte keine 640 mal 480 Auflösung, genau, genau. Und TIE Fighter, TIE Fighter kann man in 640 mal 480 spielen und ich finde, das reicht, um das noch halbwegs spielen zu können. Also, TIE Fighter kann man heute noch spielen. Geht echt noch gut. Ich meine, als Spiel ist es TIE Fighter sowieso über alle Zweifel haben, aber das, was du da hast, hat eine Maximalauflösung von 320 mal 200 Bildpunkten. Guck das mal auf einem, ich weiß nicht, wie viel Zoll mein Fernseher hier hat, aber es... Hier ist auf der Packung übrigens, im Podcast kann man das nicht sehen, aber mein Lieblings-Screenshot, der auf allen Spielen hinten drauf ist, ist, wie dieser imperiale General in die Kamera guckt. Warte mal, ob ich das einfangen kann. Ja, ja, doch, dieser Decke da, mit der lila und der Form. Man sieht das leider nicht gut, weil die Kamera das nicht scharf stellt, aber der macht so. Weil da gerade Darth Vader kommt und er hat halt seinen Scheiß nicht fertig. Und deshalb fällt meine Wahl und das letzte Spiel auf X-Wing 1 und zwar die Version dieser CD-Collectors-Edition, denn die war auch noch mal, die war ja schon ein kleines Remaster, denn da haben sie ja... Aber der Sound ja dann wäre sehr... Naja, und es waren alle DLCs, also es waren DLCs, Erweiterungs-Mixen-Packs. Und vor allen Dingen, sie haben die Missionen noch mal überarbeitet, weil das war ja das große Problem bei X-Wing 1, dass die Missionen so unfair waren. Im Gegensatz zu TIE Fighter war ja von der Balance echt gut, hat gut funktioniert und X-Wing 1 war... Es war halt das Erste der Reihe. Da war noch vieles nicht ganz sauber. Die Missionen waren echt unfair oft. Sehr, sehr schwer, wenn du einfach an der falschen Ecke warst in dem Moment und dann kam irgendwo ein Raumschiff rein, du hast keine Chance. Also es ging nicht. Und das haben sie aber überarbeitet in dieser Collectors-CD-Version. Die waren immer noch nicht ganz perfekt, also da wäre immer noch Platz zur Verbesserung, aber die einfach nehmen und in der 1080-Auflösung... Ich würde auch nicht wollen, weil es kam ja 1998... Genau, jetzt kommt ja der Dreh. Es kam ja 1998 noch mal eine Version von dem Ding mit der Engine aus X-Wing vs. TIE Fighter. Was gibt's? Es gibt X-Wing 1 mit der Engine aus X-Wing vs. TIE Fighter. Dann ist es in 640 x 480 Bildpunkten. Also von der Auflösung her so, dass man es halbwegs spielen kann. Alle Stiffe sind texturiert und es ist halt komplett die X-Wing vs. TIE Fighter Engine. Die ist aber scheiße. Die ist leider... Die ist aus so einer klassischen Übergangsphase, aus so einer 3D-Übergangsphase. Überall Texturen drauf. Gab sogar schon Beschleunigung, also gefilterte Texturen. Aber der Sound funktioniert nicht so gut. Es sieht auch alles noch nicht ganz so rund und fertig aus. Hat er das dann keine dynamische Musik mehr? Nee, hat's nicht mehr. Das ist ja das Geilste eigentlich dran gewesen. Dass das immer so ineinander überblendet, wenn da Trouble ist oder nicht. Das hat's nicht mehr. Und auch die Zwischensequenzen und diese Zwischenbilder sind auch neu gemacht. Aber nicht mehr so charmant wie früher. Es sind auch weniger. Also es fehlen einfach ein paar. Also das passt nicht so gut zusammen. Und das Problem ist, die Missionen sind auch oft kaputt. Weil sie haben einfach die Skripte in diese neue Engine übertragen. Und diese neue Engine war aber nicht für diese Missionsskripte gebaut. Die hat damit nicht gut gehandelt. Also die internen Zeit-Ticker für wann erscheint wie welches Schiff, die haben in dieser neuen Engine anders funktioniert. Und deshalb waren manche Missionen durcheinander. Und so ein Zeug. Also es hat nicht gut funktioniert als Spiel. Und ich hätte lieber das Alte, sogar auch ohne, nur mit dieser Grouch-Shading, also gar nicht mit, ich brauche gar nicht unbedingt Texturen. Einfach nur das hochziehen, aber das hatte ja auch irgendwie einen Charme, diese untexturierten Dinger. Ich meine, heute müsste man einfach noch ein bisschen Schatten drauf machen, ein bisschen Self-Shadowing, ein bisschen härtere Kanten vielleicht ziehen, dann würde das schon einen coolen Look haben. Es gab vor ein paar Jahren mal eine Unity-Projekt, die das, die alten Missionen genommen haben und einfach in so eine neue Unity-Engine gesetzt haben. Und das sah schon verdammt geil aus. Da ist aber nie wirklich was draus geworden. Wenn da aber Neues käme, würdest du das dann mit VR haben wollen? oder dass du keinem Kopf brauchst? Da kotzt ich ja. Dann machen die das und dann ist das halt zwangsweise VR-Only. Dann geh aber rüber, dann gibt's warme Backen hier. Warme Wangen, so rum. Heiße Ohren. Aber das, 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 ich meine, man kann fairerweise auch einfach X-Wing Alliance mit dem Upgrade-Pack für die neuen Raumschiffe spielen. Das ist auch super, ein fantastisches Spiel. Aber das alte X-Wing einfach nochmal, auch wegen der Story, dieses, hey, Flucht von Hoth, was ist zwischen, das war ja auch so krass für uns als Kinder. Es war ja nicht so, alle zwei Jahre kommt ein neuer Star-Wars-Film raus, sondern die kompletten 90er bestanden daraus, es gab in den 80ern diese Filme und dann gab's noch und dann kamen die 90er mit den ganzen Spielen und die ganzen Spiele haben dieses Universum aufgegriffen und größer gemacht und weiter gemacht und gesagt, hey, das ist ein ganzes Universum, das sind nicht nur diese drei Filme und ein paar Bücher und ein paar Comics, nein, das ist ein Universum und damals, dadurch, dass noch nicht so viel Geld dran hing, hatten sie auch Mut, heute hat ja, Disney hat ja keinen Mut mit Star Wars, sie brechen alles immer wieder runter auf diese scheiß Skywalker-Familie und so ein paar billig-Animationsserien, die echt nicht, die sind so halbwegs okay, aber die sind eigentlich hart genommen Dreck. Er redet sich wieder in der Nase. Schwester, ich hol schon mal die Schlitzen. Aber ich mein, wenn man sich mal überlegt, was sie in den 90er Jahren mit dem Star-Wars-Universum gemacht haben, da war das wirklich ein Universum, was man, da hatten sie Mut in ihr Universum, sie hatten Vertrauen in ihr Universum. Ja, die haben schon auch viel Scheiß damit gemacht, das muss man auch mal sagen. Aber selten bei den... Wie viele Klone von Luke Skywalker und dem Imperator kann ein Universum ab, bevor es albern wird. Die haben die Klone mit Doppel... Da gab's Luke und Luke mit zwei U und das war dann der Klon. Nein, aber ich mein, in den Spielen in den 90ern, also als sie noch nicht jetzt auch Lizenzspiele zu den Filmen machen mussten, was sie da für geile Spiele gemacht haben. da gab's natürlich so Sachen wie Droidworks auch, also quasi mal einfach Droidenbaukasten und Rennspiel und Rollenspiel und das war schon deutlich abwechslungsreicher als heute. Das stimmt schon. Und vor allen Dingen qualitativ. Der Hammer. Ja. Da wird mir gleich die Kamera unscharf. Hätte da gar nicht gedacht, dass da so viel Fachwissen über Emulation und sonstige Dinge sind, wie man alte Spiele wieder zum Laufen kriegt. Das macht Fritz ganz gerne, das heißt, das können wir in Zukunft auch öfter nochmal besprechen. Es gibt übrigens auch, wenn euch mehr dazu interessiert, eine eigene Podcast-Folge, wo Fritz davon erzählt, was du da sonst immer so machst, ne? Also der Spiele-Magal war jetzt die Folge, glaube ich. Genau. Könnt ihr euch auch anhören. Das soll's für heute gewesen sein von GT Talk. Wie gesagt, das gibt uns als Podcast und als Video auf dem YouTube-Kanal. Wir sind außerdem auf Patreon. Wenn ihr diesen Blödsinn finanziell unterstützen wollt, das fänden wir cool. patreon.com slash gametube.de Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.